Ich möchte jetzt einmal zeigen, wie man mit Formeln in Word arbeiten kann. Zunächst einmal gehen wir von der Situation aus, dass wir einen Kreis haben. Ich zeichne den mal 4 cm mal 4 cm groß und zeichne dort einmal den Radius ein. Und beschrifte das einmal mit R. Das Ganze kann ich dann auch gruppieren. Ein wenig zur Seite packen. So, jetzt gehen wir mal von der Situation aus. Ich habe den Flächeninhalt gegeben und möchte jetzt den Radius berechnen. Das kann ich durch eine Formel machen. Und zwar mache ich mir dazu ein Textfeld. Da stelle ich die Kontur auf. Keine Kontur. Und jetzt kann ich hier einmal eine Formel einfügen. Und um die Formel aufzuschreiben, nehme ich einmal eine Matrix, eine 3x3 Matrix. Die erweitere ich jetzt und zwar um eine Spalte danach. Und jetzt kann ich anfangen und schreiben, der Flächeninhalt A ist gleich, und jetzt brauche ich einmal Pi. Pi mal, das finde ich jetzt bei den Operatoren. Punktoperator mal R. Und jetzt möchte ich diese Formel umstellen und sage jetzt, nehme ich zuerst einmal einen Strich, also Altgrill und diesen Strich. Und sage jetzt, jetzt teile ich durch Pi. Da kann ich ganz bequem diesen Teil einfach mit Strich C hierhin kopieren. Und habe jetzt angefangen. Hier fehlt noch das Quadrat, also Altgrill und die zwei Drücken. Und jetzt kann ich hier unter eine Spalte einfügen. Eine Zeile einfügen, meine ich natürlich. So, und jetzt kann ich anfangen, die Formel umzustellen. Hier teile ich dann natürlich durch Pi. Ich nehme hierfür immer ganz gerne einen kleinen Bruch. Hier ist ein großer Bruch und hier ist ein kleiner Bruch. Das sieht optisch einfach ansprechend aus. Und schreibe jetzt hier A hin. Und das Pi kann ich jetzt hier nach unten kopieren. Hier das gleich. Und hier kopiere ich jetzt das hin. Und jetzt wird wieder einmal ein Strich gezogen. Und ich ziehe jetzt die Wurzel dieses kleine Kästchen. Das wird nicht mitgedruckt. Ich kann das aber für mich jetzt wegmachen, indem ich hier einfach mal ein paar Leerzeichen reinmache. Und jetzt füge ich wieder eine weitere Zeile ein. Und jetzt kann ich hier einmal die Wurzel aufschreiben. Diesen kleinen Bruch kann ich kopieren. Strg C. Und einfügen. Gleich. Und hier R. Hier vorne kann ich wieder ein paar Leerzeichen hinmachen. Dann erscheint das Kästchen nicht. Und dann wieder eine Zeile einfügen. Und jetzt tausche ich einmal um. Hier schreibe ich R hin. Hier schreibe ich gleich hin. Und hier kopiere ich den Teil hin. Und jetzt möchte ich meine Formel hier noch ein wenig optisch aufbessern. Was ich dazu mache, ist, dass ich hier die Spaltenausrichtung ändere. Und sage, das soll rechtszentriert sein. Also an diesem Gleichheitszeichen. Dieser Teil hier soll linkszentriert sein. Und das hier in der Mitte müsste eigentlich auch zentriert sein. Genau. Und diesen Teil hier, falls ich mal mehr hinschreiben will, möchte ich das auch untereinander ausgerichtet haben. Deswegen sage ich hier auch Spaltenausrichtung auf linkszentriert. Hier kann ich wieder ein paar Leerzeichen hinmachen. Und was ich jetzt noch machen möchte, ist, hier diese Abstände ein bisschen anzugleichen. Dazu gehe ich jetzt hier auf Matrixabstand. Und sage hier, der Abstand zwischen den Grundlinien soll mehrfach sein. Ich setze den mal auf 3. Das hat sich bewährt. Das sieht ganz ansprechend aus. Und gehe jetzt auf OK. Und jetzt kann ich die einzelnen Schritte ein bisschen besser von anderen unterscheiden. Und jetzt könnte ich auch noch die Schriftart ändern. Ich kann hier das Ganze markieren. Und bei Formeln kann ich sagen, das soll in einen Text umgewandelt werden. Und dann kann ich bei Start hier auch eine andere Schriftart einstellen. Das finde ich ungünstig. Weil wenn ich hier jetzt noch was weiteres ergänze, dann ist das leider nicht in der Schriftart, sondern in Cambria Mars wieder. Also halte ich das immer so, dass ich die gesamte Formel so belasse in Cambria Mars. Und dann hier vielleicht in der Zeichnung das dann noch anpasse und hier dann Cambria Mars einstelle. Das ist leider ein bisschen ungünstig von Word gestaltet. Wenn ich jetzt hier auf Formeln gehe, dann kann ich hier bei den Einstellungen die Standardschriftart sehen. Ich kann sie allerdings nicht ändern. Das bleibt immer Cambria Mars und da muss ich halt immer über diesen Umweg gehen, hier das als Text zu formatieren. Das birgt dann ein paar Probleme, weil man im Nachhinein dann nicht so gut nachbessern kann. Also vielleicht da dann auf Cambria Mars eingestellt lassen. Falls du Unterstützung beim Zeichnen in Word brauchst oder einen Vorschlag für ein neues Video hast oder einfach nur ein paar Dokumente austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei meinem Discord-Channel vorbeischaust. Der Link hierfür befindet sich unten in der Videobeschreibung.